Sag mal, hat das eigentlich irgendeine Bewandtnis, dass du auf der linken Seite fährst? Ach, der Wind war das. Ach so, dann ist ja alles klar. Hier da vorne ist so eine Bushaltestelle, da bleibt mal stehen, direkt am Pfeiler. Genau am Pfeiler. Ja, muss schön dicht ranfahren da. Ganz dicht, genau am Pfeiler stehen bleiben. Jo, stopp. Lies mal, was da draufsteht, bitte. Goldbeam Schule. Ach, das steht in Deutsch drauf. Ne, in Deutsch. Naja, da bin ich ja bereut. Solange da nicht Englisch oder Thailändisch steht, sind wir ja immer noch in Deutschland. Da können wir ja auch auf der rechten Seite fahren, ne? Ja, da sind wir richtig. Selbst bei Wind können wir auf der rechten Seite fahren, ne? Ja, probiere ich. Ja, okay. Okay, los geht's. Also da musst du aufpassen, da kann auch mal einer aus der Ausfahrt kommen. Und der kommt dir plötzlich entgegen und dann machst du aber dicke Backen da, ne? Ich hab aber gemerkt auch vor der Kurve so leicht. Ach, gemerkt hast du das auch. Na, dann bin ich ja beruhigt. Hast gedacht, hier bin ich verkehrt, ne? Ja. Eingeladen und gar keiner zu Hause, ne? Ja, scheiße.